Ostern, Passionszeit, vielfach gefeiert, alle Jahre wieder. Dieses Jahr für uns am Schloss einmal ganz anders. Wir laden euch ein, mit uns gemeinsam durch die Passionswoche zu leben. Tag für Tag den Geschehnissen, die zu Jesu Kreuzigung und Auferstehung führten, nachzuspüren. Haben wir dein Interesse geweckt? Am 28.03. geht's los mit dem Palmsonntag. Danach könnt ihr bis Ostersonntag täglich einen neuen Beitrag in unserer Mediathek anschauen. Am Gründonnerstag und am Ostersonntag wird es ein spezielles Kinderprogramm dazugeben. Also, mediathek.schlossklaus.at Herzliche Einladung, das Schlossteam freut sich auf dich. 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 Untertitelung des ZDF, 2020